Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jede Woche hat sechs graue Tage, jeder Tag bringt Arbeit und Verdruss, doch dann kommt der Sonntag und man stellt die Frage, wie gelange ich zu einem Kuss? Geht ein junges Mädchen mal spazieren, wenn am blauen Himmel Sonne lacht, kann hier eines Sonntags unverhofft passieren, dass man hier den Antrag macht. Ach, verzeihen Sie meine Dame, Gottlieb Scholze ist mein Name und ich liebe Sie, ganz bestimmt ich liebe Sie. Ausgerechnet Sie, ich wär Ihnen sehr verbunden, schenken Sie mir ein paar Stunden für ein Rendezvous und dann brauch ich noch dazu Ihre Sympathie. Ich möcht an Ihrer Seite gehen, im hellen Sonnenschein, dann werden Sie mich bald verstehen und das kann sehr wichtig für Ihr ganzes Leben sein, drum verzeihen Sie meine Dame, Gottlieb Scholze ist mein Name und ich liebe Sie, ganz bestimmt ich liebe Sie. Ausgerechnet Sie, ausgerechnet Sie. Ausgerechnet Sie, ich wär Ihnen sehr verbunden, schenken Sie mir ein paar Stunden für ein Rendezvous und da brauch ich noch dazu Ihre Sympathie. Ich möcht an Ihrer Seite gehen, im hellen Sonnenschein, dann werden Sie mich bald verstehen und das kann sehr wichtig für Ihr ganzes Leben sein, drum verzeihen Sie meine Dame, Gottlieb Scholze ist mein Name und ich liebe Sie, ganz bestimmt ich liebe Sie. Ausgerechnet Sie. Sie müssen eins bedenken, wenn Sie mir ein paar Stunden schenken werden aus den Stunden Tage, Tage, aus den Tagen werden Jahre und so weiter und so weiter, ständig bleibe ich hier Begleiter und darum bitte verzeihen Sie meine Dame, Gottlieb Scholze ist mein Name und ich liebe Sie, ganz bestimmt ich liebe Sie, ausgerechnet Sie. Ach, verzeihen Sie meine Dame, Gottlieb Scholze ist gar nicht mein Name, Gottlieb Müller, heiße ich. Kuck, kuck.